Gott sei neben dir, um dir die Hand zu reichen, wenn es nötig ist, dass du dich stabil fühlen kannst. Und Gott sei über dir, um dich zu segnen, mit deinem guten Segen, mit der ganzen Liebe, die er hat. Ich glaube, von meinem direkten Umfeld in meiner Kirchengemeinde hat es keiner gemerkt. Aber natürlich hatte ich eine flotte Frisur, die so kein Mann trägt. Begegnet dich der gütige Gott, der zu dir Ja sagt, von ganzem Herzen. Irgendwann gab es eine Gerüchtewelle, die sagte, Pfarrer Spörkel ist in Frauenkleidern gesehen worden. Es segne dich, der heilige Geist, der in dir ist, der führt dich daheim. Man fühlt sich plötzlich als Unmensch, als einer, der was verbrochen hat. Also in der Tat, ja vielleicht wie jemand, der ein Verbrechen begangen hat, dass man sozial isolierter wird. Das in der Tat habe ich kennengelernt, ja. Elke Spörkel ist Pfarrerin. Vor mehr als 30 Jahren hat sie in der Gemeinde Haldern angefangen. Damals noch als Pfarrer Hans Gerd. Ich bin so ein bisschen verunsichert, ist das noch meine Kirchengemeinde, wo ich auch in dieser Reihe der Pfarrer liegen will. Ich glaube, das Presbyterium kann es nicht verhindern, dass ich das wollte. Also sie können das nicht verbieten. Hundertprozentig kann und will ich mich eigentlich nicht mehr mit der Kirchengemeinde identifizieren. Mit Kirche schon, aber nicht mehr unbedingt mit dieser Kirchengemeinde, mit allen Menschen, die dazugehören. Ist wie spätig. Elke musste inzwischen ihre Kirchengemeinde Haldern verlassen. Als sie sich vor neun Jahren entschieden hat, als Frau zu leben, begannen die Schwierigkeiten. Die Situation eskalierte. Niemand ahnte, dass sich Pfarrer Hans Gerd als Frau fühlt. Der Prozess war ein Prozess, wirklich über 40, 50 Jahre eigentlich, immer mehr zuzulassen. Also ich habe am Anfang versucht, auch mir ein Bart sogar mal wachsen zu lassen, um zu erkennen, wie bescheuert ist das denn, wenn ich mich dann umziehe und mich im Spiegel sehe mit Bart, das geht gar nicht. Ich habe meinen ersten Friseurtermin bereits gehabt, als ich auch so Mitte 30 war und habe mir eine weibliche Kurzhaarfrisur machen lassen. Das fällt keinem Menschen auf, dachte ich auch, wenn man mit dem Thema nichts zu tun hat. Ich glaube, von meinem direkten Umfeld in meiner Kirchengemeinde hat es keiner gemerkt. Aber natürlich hatte ich eine flotte Frisur, die so kein Mann trägt. 26 Jahre lang kennt die evangelische Gemeinde ihren Pfarrer als Hans Gerd. Mit Kurzhaarfrisur und Ohrringen beginnt Elke schon sehr bald, sich weiblicher zu geben. Ihr ist klar, dass sie ihr Geheimnis früher oder später in der Gemeinde am Niederrhein öffentlich machen muss. Heute lebt Elke als Frau. Eine Operation kam für sie nie in Frage, aber weibliche Hormone und Stimmtraining. Ein Mensch hat entweder das eine oder das andere Geschlecht, ist Mann oder Frau. Hinter diesem Ordnungssystem steht die Annahme, dass Geschlecht nur entweder als männlich oder als weiblich gibt. Gott, das ist aber ein theoretischer Text. Das ist richtig... Ich kann ja nicht wie ein normaler Mensch reden. Meine Güte. Wie fanden Sie die Stimme denn? Wie fand ich die Stimme? Ja, entspannt. Also ich habe mich nicht sehr angestrengt. Ich glaube, ich könnte noch höher. Ja, meine ich auch. Also teilweise ist noch ein bisschen zu viel Prostresonanz mit dabei. Ja, da muss ich mal vielleicht die Hand drauflegen und irgendwas anderes lesen. Genau. Elkes Haus in Haldern, einem Stadtteil von Rees, in dem sie seit 1994 wohnt. Noch heute erinnert sie sich an ein Ereignis, das sie als Kind geprägt hat. Damals lebte sie mit ihren Eltern in Ratingen bei Düsseldorf. Solange ich mich erinnern kann, war immer die Faszination, warum darf ich kein Mädchen sein? Wie wäre es, wenn ich Mädchen geworden wäre? Ich bin mal irgendwann in der Tat als Kind entdeckt worden. Ich war im Waschkeller meiner Oma und ich habe in dieser Waschküche eine Korsage entdeckt und habe sie über meine Lederhose, die ich hatte, und mein Hemd dann rübergezogen, habe das aber natürlich, weil ich da schon wusste, das ist was Verstecktes, Geheimes, hinter der Tür gemacht. Und mein Vater kam irgendwie rein, sah mich und hat dann sehr scharf gesagt, was machst du denn da? Also mit so einer ganz scharfen Stimme und ich habe es dann irgendwie mühevoll versucht, ganz schnell auszuziehen. Und man merkt ja als Kind, ob was angesagt ist oder nicht. Das war das Peinlichste, was ich mir denken kann. Dieses Wort peinlich, schambesetzt, zog sich eigentlich auch durch mein ganzes Leben durch, wenn es rauskommt. Lange hat Elke ihr Geheimnis für sich behalten. Zum Beruf des Pfarrers gehören neben dem Predigen noch andere Aufgaben. Heute wird Elke Religion und Ethik an einer Alten- und Krankenpflegeschule in Wesel unterrichten. Diese Klasse hat sie heute zum ersten Mal. Das ist der Name, das ist nicht weiter interessant. Spürkling, man kann auch ein paar aussprechen, muss ich mal buchstabieren, wenn ich die Vorstelle habe. Alter, 60 Jahre. Ja, wenig. Ja, so. Ich weiß nicht genau, danke. Könnte ich gerne. Zweiterweise sagen kann, ich habe sieben Kinder. Da kommt immer die Frage, was haben Sie sonst noch gemacht in Ihrem Leben. Ja, sieben Kinder ist auch spannend. Also der Älteste ist 38, der Jüngste ist 10. Also eine ganze Spannbreite dazwischen. Tja, genau. Was das Spannendere ist, ist eher der Vorname. Das war nicht immer so. Bis 2010 war der Vorname Hans-Gerd. Ein männlicher Vorname. Und dann habe ich mich aufgemacht, eine Veränderung durchzuziehen mit einer Vornamens- und Personenstandsänderung. Was darf man in Deutschland machen? Das heißt, ich bin jetzt anerkannt Frau Elke Spörkel. Gäbe es irgendwas, was interessiert vielleicht? Sind Sie eigentlich homo oder heterosexuell? Meine Sexualität hat sich nicht geändert. Ich stand immer auf Frauen und ich fände es merkwürdig, sich jetzt mit einem Mann zu umgeben. Ich weiß ja, wie Männer ticken und die sind mir dann viel zu anstrengend. Ich habe die Vorstellung, ich hätte einen Alltag mit einem Mann zusammen. Aber nee, du musst mir nicht zum Vorschlag. Tschüss. 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 Viele Jahre lang konnte Elke nicht so offen über ihre Sexualität und Veränderung sprechen. Damals noch, als Hans Gerd, lebt sie mit der ersten Ehefrau und fünf Kindern im gemeinsam gebauten Haus. Die zweite Ehefrau, mit der Elke zwei Kinder hat, kennt ihre Vorliebe, sich heimlich Frauenkleider anzuziehen. Unterstützt sie zunächst sogar. Ich weiß noch, dass wir einmal durch Kleve gingen und ich nicht mehr in diesem androgynen Status allein war, sondern schon sehr als Frau erkenntlich, ich glaube, mehrheitlich durchgegangen wäre. Und ich glaube, in dem Maße, wo ich von diesem Gefühl, das ist peinlich, das ist schambesetzt, wegkam, ist es bei ihr eigentlich entstanden. Also es hat sich so eigentlich bei mir gesenkt und bei ihr dann gehoben. Anfang 2010 machen Gerüchte in Haldern die Runde. In dem Ort mit rund 5000 Einwohnern sei der Pfarrer in Frauenkleidern unterwegs. Elkes ältester Sohn aus erster Ehe erfährt davon sogar in Gießen, wo er damals am Landgericht sein Referendariat macht. Ich bin in meiner WG angerufen worden und quasi gewarnt worden, dass Gerüchte im Umlauf seien, dass der Pfarrer in Frauenkleidern unterwegs sei, gesehen werde. Ich bin dann immer sehr getrennt zwischen meinen Gefühlen und meinem Rationalen. Und mein Rationales sagt mir dann, ich stehe politisch links, ich habe mich mit Gender-Mainstreaming, mit Geschlechteridentifikation zahlreich beschäftigt. Das zumindest vom Abstrakten her war mir klar, wie ich dazu zu stehen habe. Während in meinem Bauch dann irgendwie so ein, keine Ahnung, wie ich das einordnen soll, existierte. Besonders viel Gerede über den Pfarrer gibt es unter den etwa 1000 Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde in und um Haltern. Das war dann auf alle Fälle auch die Zeit, wo darüber dann im Dorf auch gesprochen wurde. Hast du gehört? Und ich glaube ja, Hans-Gerd Spökel ist in Frauenkleidern gesehen worden und solche Dinge. Und sofort ruft mich jemand an, aus dem Nachbarn auch, ah, der Pipimann ist noch dran. Das sind so die Dinge im Hintergrund, die auch Menschen kaputt machen. Und ich glaube, das ist auch für Elke nicht. Also sie weiß ja, was die Menschen reden. Elke ist in dieser Zeit das Gesprächsthema im Dorf. Trotzdem hält sie hier weiterhin wie jeden Sonntag ihre Predigt. Mir haben Leute in der Kirche den Handschlag verweigert. Wo man an der Kirchentür steht und jeden verabschiedet und mir wollte einer keine Hand geben. Ich wurde daraufhin bei einem Gemeindefest in diesem Dorf nicht bedient, als ich einen Kuchen kaufen wollte. Das wurde mir verweigert, so Leute wie sie, wie du, kriegen hier keinen Kuchen. Für mich haben Leute die Straßenseite gewechselt, ja. Charlotte Bethke, Lotti, ist seit Jahrzehnten in der kleinen Kirchengemeinde aktiv. Sie kennt Elke als Pfarrer Hansgert von Beginn an. Ich meine, ein Pfarrer ist für die Menschen da, vor allem für Kranke und für Menschen, die auch seelische Hilfe brauchen. Aber die hat sie selbst gebraucht. Ich glaube, wir können sowieso nicht nachvollziehen, wie geht es einem Menschen, der immer empfindet, er ist nicht im richtigen Körper. In dieser Zeit erhält Elke sogar Drohungen. Für sie steht nun endgültig fest, als Hansgert möchte sie nicht mehr leben. Also kann man seinen Beruf behalten, bleibt einem die Familie, stehen die Kinder zu einem, es steht alles zur Disposition. Das heißt, das Grundgefühl war, ich kann eigentlich nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und wenn ich jetzt aufhöre zu atmen oder vielleicht dem sogar nachhelfen kann, dass das Atmen aufhört, dann ist es gut gewesen. Also ich war in dieser Phase im Nachhinein, würde ich sagen, suizidal, natürlich. Ein halbes Jahr erhält Elke noch durch, bis sie im Sommer 2010 nach einem Zusammenbruch krankgeschrieben wird und sich schließlich Hilfe sucht. In der psychosomatischen Reha-Klinik Brunnen in Nordrhein-Westfalen nimmt sich Elke eine fünchwöchige Auszeit. Elkes Vorgesetzter ist damals Superintendent des Kirchenkreises Wesel. Als homosexueller Pfarrer hat er lange selbst für seine Anerkennung gekämpft und kennt Anfeindungen, wie sie Elke derzeit erlebt. Ich habe die Elke angerufen und habe gefragt, wie es ihr geht, weil sie wissen wollte, wie so der Stand der Dinge ist. Und dann bin ich hingefahren und das war im Dezember. Und dann haben wir während eines langen Spaziergangs miteinander gesprochen, wo dann so deutlich wurde, ich kann in meiner alten Rolle nicht wieder zurück. Ich hatte eine psychosomatische Reha-Maßnahme mitmachen können in dieser Zeit, fünf Wochen lang, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben fünf Wochen lang als Frau gelebt habe. Das war eine ganz große Revolution. Und als diese Zeit dort zu Ende ging, habe ich meinem Dienstvorgesetzten geschrieben, ich komme zurück, will wieder arbeiten, will in dieser Kirchengemeinde wieder arbeiten, aber ich komme zurück als Frau. Also das war klar und dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir diesen Weg gemeinsam. Im Gemeinderaum, in dem regelmäßig der Kirchenkorb robt, will Elke schließlich ihr Geheimnis öffentlich machen. Eins, zwei, drei. Elkes Vorgesetzter Dieter Schütte hilft ihr, die Versammlung zu organisieren. Es ist kurz nach Neujahr, der 2. Januar 2011, als Elke sich ihrer Gemeinde stellt. Alle aktiven Gemeindemitglieder, Dieter Schütte und sogar ein Pressefotograf, der zufällig von der Geschichte hört, sind gekommen. Jeder Mensch hat ja so die Sehnsucht, angenommen zu sein. Und ich hatte natürlich auch die Angst, nehmt mich diese Gemeinde mit ganz, ganz vielen Menschen, die ich ja seit über 25 Jahren kannte, nehmen die mich an. Also ich hatte mein silbernes Gemeindejubiläum hinter mir, 25 Jahre. Elke erzählt den über 100 Anwesenden, warum sie als Frau leben und sich gerne Elke nennen möchte, dass sie transident ist und dass sie gerne als Pfarrerin weiter für die Gemeinde arbeiten möchte. Womit ich nicht gerechnet hatte, dass danach erstmal ein lang anhaltender Beifall war, das war viel schlimmer auf eine bestimmte Art und Weise, als wenn direkt die erste Frage gekommen wäre. Also das zu ertragen, dass Leute ja nicht nach einer Predigt mal applaudieren, das kenne ich auch, oder nach einer Gemeindeveranstaltung, sondern weil man seine Lebensgeschichte offenbart hat, dass Menschen dafür applaudieren, das hat natürlich alle Dämme gelöst. Also da ran mir sicher auch das ein oder andere Tränchen herunter. Für uns, wenn ich das so für uns beide, und du darfst ja ruhig ja oder nein sagen, der Mensch verändert sich im Grunde nicht, was jetzt er selbst oder sie selbst betrifft. Ja, 30 Jahre her und wir wissen doch, was sie geleistet hat, die Gemeinde zusammen und vor allen Dingen mit der Jugend und so. Der Mensch ist doch der Gleiche geblieben und ich finde, aus dem Grunde sollten wir unsere Pfarrerin weiterhin achten und respektieren. Und ich weiß auch, dass ich damals auch in meinem Text geschrieben habe, dass sowas eigentlich ein Testfall für Christentum ist. Wo man ja immer davon ausgeht, liebe deine Feinde bis hin, liebe deinen Nächsten und bla bla bla. Und dann habe ich für mich festgestellt, so jetzt wollen wir doch mal gucken, wie viel bla das ist. Guten Morgen. Guten Morgen. In der kleinen Gemeinde wird Elke auch als Pfarrerin akzeptiert. Während der Zeit des Outings trennt sich Elkes zweite Ehefrau von ihr. Nun lebt Elke alleine. Drei Jahre später, 2014, ändert sich ihr Leben erneut radikal, als sie Kirsten kennenlernt. Sonst kannst du mal endlich dazu machen. Ich hoffe, ich kann es. Das ist dir jetzt heute mal zu viel gefrühstückt, das passt nicht mehr. Als wir uns dann 2014 kennengelernt haben, da hat sie mir nochmal gesagt, dir ist bewusst, ich habe sieben Kinder, war zweimal verheiratet mit Transident und 60 Jahre. Ich sage, klar, weiß ich alles, ist mir erstmal egal, ich möchte dich trotzdem sehen. Was für ein paar Geräusche. Also eigentlich bin ich überhaupt nicht so jemand, der so schnell Nägel mit Köpfen macht. Ich brauche eigentlich immer ganz, ganz lange Zeit, um mich dann zu entscheiden und mir auch sicher zu sein. Aber irgendwie war es das. Hier, Till. Komm, bist du? Hast du die Farbe? Wenige Wochen später zieht Kirsten in Elkes Haus ein. Nee, die passt. Zieh mal an, zieh mal an. Die sind aber obercool. Damals war sie aber von ihrer Kleidung noch nicht so, ich sag mal, weiblich. Da war sie eher androgyner. Sind sie nicht zu doll? Nein. Bist du aufgedingst? Nein. Oh komm, die sind total heiß. Nein. Was passt? Was? Was passt? Guck mal. Ha. Ich habe ihn gefunden. Super. Was passt? Die, auf keinen Fall. Die, auf keinen Fall. Nee, nix buntes. Du musst schon was Uniformes haben. Das ist Uniform. Ja, aber das passt aber nicht dazu. Wow. Auch äußerlich steht Elke jetzt immer mehr zu ihrer Weiblichkeit. An meiner Seite hat sie sich, glaube ich, dann auch getraut, weil er einfach jemand war, der so sie gestützt hat und hinter sie gestanden hat. Hinter ihr. Hinter ihr gestanden hat. Schützenfest in Haldern. Das gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Seit 1984 war Elke hier immer mit dabei. Bei der Traditionsveranstaltung kommt jedoch ein Pfarrer in Frauenkleidern nicht gut an. Elke erlebt hier zum ersten Mal offene Anfeindungen. Und innerhalb der Kirchenleitung gibt es einen neuen Superintendenten. Elkes Fürsprecher, Dieter Schütte, ist inzwischen in Rente. In der ersten Zeit habe ich jeden Tag dreimal überlegt, was ziehe ich zu dieser Veranstaltung an und was ziehe ich zu dieser Veranstaltung an und was kann ich zumuten und ist das noch akzeptabel? Natürlich wissen die Menschen, ich will als Frau leben, aber ich war ja noch nicht Frau. Also rechtlich hatte ich noch meinen männlichen Vornamen und es stand überall noch Hans-Gerd Spörkel, also der männliche Name. Beim Schützenfest im Hochsommer, wo natürlich 25 Jahre lang der Herr Pfarrer hinkam und Eröffnungsworte redete und der auch erkennbar war, der kam dann eben traditionell dort an. Im neuen Jahr plötzlich sitzt da eine veränderte Person mit auch einer anderen Kleidung. Das ist sicherlich erstmal für beide Seiten, sowohl für die, die es tut, in dem Fall dann jetzt die Kollegin Farin Elke Spörkel, wie auch für die, die es erleben, umwälzend, fundamental umwälzend. Und ich habe dann auch bei manchen Sachen sofort gesagt, also Hans-Gerd, ich weiß nicht, wie ich mich fühle, wenn du da im Kostüm vorbeigehoppelt kommst. Und habe dann so beim ersten Mal, als ich den dann so aufgetakelt gesehen habe, habe ich gedacht, oje, wenn ich begreifen soll, dass du jetzt eine Frau bist, musst du begreifen, dass ich immer noch Heiner bin. Und ich muss mich an dieses Ding genauso gewöhnen, wie du dich davon verabschieden musstest. Ob man als Pastorin so rumlaufen muss, ist eine andere Frage. Muss man, denke ich, nicht unbedingt, weil man weiterhin eine öffentliche Person ist. Man ist halt keine Privatperson in einer Gemeinde. Es ist einfach so. Das ist meine Ansicht. Die Situation für Elke wird immer schwieriger. Ehrenamtlich engagiert sie sich für Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Jill und ihre Mutter kommen heute zu Besuch. Ich such dich, ich such dich und du. Oh Mama, ey. Hi. Hi. Können Sie sich sehen? Einfach mal. Hi. Alles gut? Genau, wir haben es ja schon vor zwei Tagen gedrückt oder vor drei. Ja, hallo, grüß dich. Ja, Mensch, schön, dass ihr da seid. Freut mich auch. Ein bewegtes Leben gehabt. Ja. Wann hast du gewusst, dass das, das ist ein schwieriges Wort, allein transsexuell oder so, transidentisch ist und nicht schwul, homosexuell, wie du zuerst gedacht hast? Das habe ich gewusst, mit 14, 15, ja. Doch schon. Mit 16 habe ich das dann komplett gesagt, jetzt ist es schwierig. Da wurden die Männerklamotten entsorgt. Echt? Von jetzt auf gleich weg. Wie, von den Augen? Ja, schwupp. Da ziehe ich mir mal an. Ich bin jetzt eine Frau, habe schon zwei Hosen mir gekauft und schöne Oberteile. Und ihr fiel die Kinnleute runter? Erstmal schon. Ja. Klamotten wegschmeißen mit 16. Da ging es ja noch zur Schule, ne? Richtig. Wie hat man denn in der Schule reagiert? Also ich wurde auch wirklich bösartig gemobbt, angespuckt. Angespuckt? Ja, angespuckt. Ja, das war schon wirklich, also da war ich oftmals wirklich so am Boden zerstört. Also da wollte ich manchmal wirklich einfach nicht mehr da sein. Weil dieser Druck und, weiß ich nicht, der Norm zu entsprechen, wenn du anders bist, weiß ich nicht, dann wirst du halt ausgegrenzt. Da war eine jüngere Dame, die hat auch von mir gewusst. Und die kam mir bekannt vor, das Gesicht kam mir bekannt vor. Dann hat sie gesagt, nee, dich bediene ich nicht. Dich möchte ich nicht bedienen. Und, ähm... Das ist ja verrückt, ne? Ich finde das richtig krass, weil da waren... Dass sie sowas machen können. Da waren auch mehrere Leute und, ähm, weiß ich nicht, du fühlst dich hilflos. Du fühlst dich hilflos. Wie hast du reagiert? Nichts gemacht? Ne, ich bin rausgegangen und hab geweint. Ich war wirklich fertig, wirklich fertig. Und deswegen hat der Mama gesagt, nee, komm, wir packen unsere Sachen, wir ziehen jetzt aus. Ihr seid deswegen weggezogen? Genau, richtig. Definitiv? Richtig. Also, ähm, ich hätte mich auch niemals hier so geoutet. Also, transsexuell und alles, weil da hätte ich viel zu viel Schiss gehabt, wie das Umfeld reagiert. Bist du seitdem, seitdem ihr weggezogen seid, wirklich nie mehr nach Hallern gekommen? Ich bin schon ein paar Mal mit einer Freundin hier durchgefahren, auch das alte Haus zu sehen und so. Aber nur mit dem Auto durchgefahren? Nur mit dem Auto, nicht ausgestiegen. Also, so Marke, ich geh nochmal ein Eis essen hier oder hier zur Norma? Nee, überhaupt nicht. Komplett gemieden. Du hast schon ganz schön viel bewältigt. Meine Mutter hat mir mal ein Sprichwort gesagt. Wenn du denkst, das geht nicht mehr, kommt irgendwo in den Licht, dann ja wirklich, das sag ich mir richtig oft. Das ist wirklich, also, das ist... Ja, aber er lebt auch wirklich viel. Solche Gespräche, die für die Betroffenen so wichtig sind, führt Elke in ihrer Freizeit. Die Kirche unterstützt ihr Engagement nicht. Auch für Elke wird bald ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Noch ahnt sie nicht, was das für ihre Arbeit als Pfarrerin bedeuten wird. Elke und Kirsten sind jetzt ein gutes Jahr zusammen und wollen heiraten. Für Elke erfüllt sich damit ein Lebenstrang. Endlich einmal ein Brautkleid tragen. Ihren Hochzeitsantrag macht sie ihrer Freundin, die Lehrerin ist, vor deren Schulklasse. Und irgendwann klopfte es in der Tat an der Tür und Elke stand davor. Er rollte irgendwie ein Plakat aus mit einem Kreuzbrottsrätsel und da dachte ich schon, Mist, soll da irgendwie die Frage, willst du mich heiraten, beantworten. Und so war es dann auch, genau. Dann hat sie praktisch dann nochmal irgendwie auch so einen Brief vorgelesen vor allem. Und ich fand es ganz fürchterlich. Wieso? Weil mir das zu persönlich war. Zu intim. Komm her. Ich hab das alles unvergessen. Bald soll die Hochzeit sein. Mit vielen Gästen, einer Feier und mit Hochzeitstanz. Was soll ich machen? Ich schau dich an. Ich schau dich an. Nee, nee, nee. Entschuldigung, ich hab die glatte Schuhe. Eins, zwei, drei, vier. Du musst vier Schritte machen. 1, 2, 3, 4, 1... Aua, 2... Manno, der ist doch nicht so schwer! Wir werden es nie schaffen, komm, wir lassen den Hochzeitsstand. Nee, dann brauchen wir den Hochzeitsstand, dann machen wir auch gar nicht. Und dann einmal... Bis jetzt nochmal. Ja, und du reißt dich mal bitte einmal zusammen. Ich hasse mich die ganze Zeit zusammen. Nee, machst du nicht. Elkes Hochzeitspläne und der Antrag im Gymnasium vor Kirstens Schulklasse sprechen sich in Haldern schnell herum. Quasi sein eigenes Leben dermaßen in den Mittelpunkt stellt und zelebriert, bekommt es so eine Richtung, dass es sehr egozentrisch wirkt und das finde ich unpassend, wo ich tatsächlich auch so das Gefühl habe, dass da dann das Presbyterium gesagt hat, so jetzt ist aber das Maß voll, also das geht jetzt nicht. mehr. Elkes Heiratsantrag sorgt für Unruhe im Dorf. Vor allem die Leitung der evangelischen Kirchengemeinde reagiert verärgert. Es heißt, Elke habe den Schulfrieden gestört. Einige in der Gemeinde fordern sogar ihren Rücktritt als Pfarrerin. Mein Superintendent hat das zusammengefasst und hat gesagt, ich habe Spielregeln verletzt. Ist eine Spielregel, was man anzieht? Ist eine Spielregel, dass man nicht in einer Schule gehen darf und einen Heiratsantrag für eine Frau machen darf, die man liebt? Ich habe diese Verletzung von Spielregeln bis heute nicht kapiert und das weiß ich ja nicht, was mir da vorgeworfen wird. Der neue Leiter des Kirchenkreises Wesel, zu dem auch Haldern gehört, erhält immer mehr Beschwerden über Elke. Die Menschen stören sich daran, heißt es, dass es im Dorf kaum noch ein anderes Thema gibt. Stattdessen lesen wir immer wieder nur Haldern, Spörkel, Transgender. Und das hat, glaube ich, viele an der Stelle einfach auch ein Stückchen erschöpft, sodass irgendwann auch so ein Punkt erreicht war, zu sagen, wir können einfach nicht mehr. Vielleicht wollen wir auch nicht mehr. Erst nach monatelangem Zögern ist man von Seiten der Kirche bereit, über die Entwicklungen von 2016 zu sprechen. Jutta Heister ist Vorsitzende des Presbyteriums, also des Gemeindevorstands. In unserer Kirchengemeinde ist eine große Unruhe. Und diese Unruhe wollen wir jetzt versuchen, wieder in ruhige Gewässer zu kriegen. Dass da wieder für unsere Kirchengemeinde eine Ruhe reinkommt und dass eine regelmäßige, sagen wir mal, Regelmäßigkeit wieder reinkommt und dass, sagen wir mal, viele wieder zufrieden sind. Im Mai 2016 beschließt der Kirchenvorstand, dass man nicht mehr mit Elke als Pfarrerin zusammenarbeiten wolle. Doch kündigen kann man ihr nicht. Sie ist Beamtin. Es vergehen Monate zäher Verhandlungen, bis Elke schließlich zustimmt, ihre Pfarrstelle in der Gemeinde aufzugeben. Nach über 30 Jahren. Auf die Frage nach Diskriminierung reagiert eine ebenfalls anwesende Gemeindevertreterin. Wir sind auch total traurig. Wir sind total enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Dass es gelungen wollte, das hätten wir gewollt. Ja? Das ist ihnen traurig. Aber wieso sagen Sie das neben der Kamera? Ja, das ist neben der Kamera, das kann ich Ihnen sagen. Also Frau Heister war ja so mutig, dass sie sich da hinsetzt. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor. Weil ich, Herr Rees, muss in diesem Dorf noch leben. Und ich habe drei Kinder, die hier aufwachsen. Sag ich irgendeinen Scheiß, dann sind sie weg. Aber ich bin noch hier. Vater, Mutter, 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 ich bin allein. Naja, eigentlich hätte ich ja auch gedacht, dass ausgerechnet die Kirche, dass die ein anderes, das, naja, also nicht so scharf urteilen würde. Ende des Jahres scheidet Elke offiziell aus dem Amt der Gemeindepfarrerin in Haldern aus. Sie erhält einen sogenannten nicht stellengebundenen Auftrag und wird drei Altenheimen zugeteilt. Ihr Vorschlag, sich innerhalb der Kirche um transidente Menschen zu kümmern, lehnt die Kirche ab. Heute wird sie hier die Ostermesse halten. Ausschließlich für ältere Menschen zu predigen, ist für Elke eine neue Herausforderung. Guten Morgen. Genau, wir feiern einen Ostergottesdienst und wir wollen gemeinsam das neue Leben feiern. Hier im Christophorus-Altenheim, zehn Kilometer von Haldern entfernt, ist Elke von Beginn an Frau Pfarrerin. Nur wenige kennen Elkes Vorgeschichte und wissen von ihren Zerwürfnissen in Haldern. Das ist lecker, ne? Ganz langsam, ganz langsam. Im Mai 2017 ist Elke und Kirstens großer Tag. Heirat in Weiß, im Nachbarort Diersfort, wo es nicht so viele Anfeindungen gibt. Die Kirchenleitung versucht zunächst, die Dreharbeiten in der Kirche zu untersagen. Ohne Erfolg. Viele Freunde und Bekannte sind gekommen. Auch Lotti aus Haldern. Und Dieter Schütte, der Elke als ehemaliger Superintendent immer unterstützt hat, traut heute Elke und Kirsten. Es ist das Licht in der Dunkelheit. Zur Hochzeitsfeier ist auch Elkes ältester Sohn angereist, der zu dieser Zeit als Rechtsanwalt in Berlin arbeitet. Bei allen Schwierigkeiten ist der Effekt für die nächste Person, die genau das mit sich rumträgt, dass man sich falsch platziert, im falschen Körper fühlt, dass man sein Leben verändern möchte, dass man Angst davor hat, vor den Wirkungen. Das ist gerade natürlich bei so einem prominenten Fall wie dem Dorffahrer, der Dorffahrerin, dann bedeutet das eine Verbesserung für viele andere Menschen. Und darauf bin ich sehr stolz. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit 2018 ziehen Elke und Kirstin aus. Sie wollen ihr altes Leben hinter sich lassen. Nach 34 Jahren verlässt Elke Haldern und das Haus, das sie einst selbst gebaut hat. Boah, hier gibt es auch die Schlüsse. Was ist das? Oh, hopp! Oh, hopp! 2019. Seit einem Jahr leben Elke und Kirstin mit Katze Maui in ihrem neuen Haus in Isselburg, acht Kilometer von Haldern entfernt. Wie findest du den Garten jetzt eigentlich? Schöner als den in Haldern oder nicht schöner? Also in Haldern war der schon ein bisschen urwüchsiger, was ich aber nicht so schön fand, war, dass wir da auch so eingequetscht waren von den Häusern. Aber da war Wildwuchs, da war Wildhecke und da waren Vögel, die da in der Hecke gebrütet haben. Ja, hier haben wir auch Wildwunker. Ja, und die Steine müssen raus. Ja, das stimmt. Das ist ja was anderes, ob man jetzt 30 Jahre lang an einem Ort gewohnt hat, so wie Elke in Haldern, oder ob man irgendwo neu hinzieht und auch noch keinen kennt. Und wir müssen uns jetzt hier erstmal ein Stück weit unser Leben wieder aufbauen. Auch beruflich gibt es Neuigkeiten. Elke ist nun offiziell Synodalbeauftragte für Transthemen innerhalb der evangelischen Kirche. Mit Unterstützung der Kirche gründet sie den Verein Transleben Niederrhein. Hallo, Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch von ganzem Herzen. Hallo. Und auch der Mama, ne? 20 transidente Mitglieder betreut Elke. Einige trifft sie hier regelmäßig beim offenen Stammtisch. Wir haben so diese Gruppe eingerichtet und ja, es ist nicht irgendwie, man gibt was, sondern es ist so geben und nehmen. Familie. Ja, es hat was von Familie, ja. Ja, ja, genau. Das war so, das war so extrem wichtig mal mit, mit, mit Gleichen zu reden. Und man denkt ja lange, man ist der einzige Mensch, der hat einen in der Klatsche. Und dann sieht man, dass das so viele sind. Man fühlt sich so verstanden und tut es direkt, ja. Richtig. Ja. Das fand ich auch. Leidens, Gymnasien. Ja, vor allem hier in Deutschland. Es ist ja eben, man ist ja psychisch krank. Ja. Ist es immer noch so? Es wird ja jetzt, jetzt endlich revidiert, kurzer Dank. Ja. Aber, dass man auch wirklich dann mal als normaler Mensch gesehen wird. Ne? Ne? Man hat ja nichts. Man ist nur im falschen Körper. Die tun ja gerade so, als ob man irgendwie... Ja. Ansonsten ist ja alles richtig. Ja, es ist gerade nur der Körper frei. Ja, oder? Ja, oder? Ja, das ist mehr Problem für den Körper als vom... Ja, genau. Ich hab selber mal einen Segnungsgottesdienst erfahren, als so meine große Veränderung war. Das war wundervoll. Weil ich damit so eine Rückenstärkung hatte für das, was kommt. Nämlich nochmal neu leben zu dürfen. Ich hätte vorher zweimal fast mein Leben weggeschmissen. Und da hab ich bewusst Ja gesagt zum Leben. Und wir haben eine Selbsthilfegruppe. Und aus dieser Selbsthilfegruppe hat sich jemand gewünscht, auch so einen Gottesdienst mitzumachen. Und den hab ich heute morgen vorbereitet. Na, fertig. Alles vorbereitet. Es ist Wochenende. Elke wird heute Nick aus der Selbsthilfegruppe segnen. Kirsten begleitet sie und hilft beim Gottesdienst. Nick hatte erst vor kurzem seine offizielle Namensänderung. Heute will Elke ihn auf seinem Weg bestärken. Freunde und einige Mitglieder aus dem Verein sind in die kleine Kapelle gekommen. Herzlich willkommen an diesem 1. Mai. Der Name, der jetzt so richtig staatlich, amtlich befestigt ist, Nick. Und das wollen wir feiern. Feiern auch mit einem kleinen Gottesdienst. Und herzlich willkommen, den wir heute dazugekommen sind. Lieber Nick, du bist einen ganz weiten Weg gegangen, Leben. Und jetzt hast du dich entschieden, als Mann in dieser Welt zu leben. Komm mal nach vorne. Nick, Gottes Freude begleite dich. Gottes Kraft stärke dich. Und Gott segne dich auf seinem Weg. Amen. Gottes Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute und Gottes Segen. Ja, danke. Ich möchte anderen Betroffenen vielleicht ein bisschen helfen, ein ganz klein wenig helfen, dass der Weg nicht ganz so steinig ist wie bei mir und dass man es nicht nötig hat, Lebenszweifel haben zu müssen. Wenn ich dabei mittragen darf, dann bin ich einfach sehr dankbar. Alles Gute und eigentlich kräfteli. racke nach ner Medikлять. Kein Gott. Freunde, wir haben uns angefangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020